hallo und herzlich willkommen zurück hier zusammen star und lpt wir sind immer noch zu viert wie beim letzten mal schon also der russer darf direkt vor mir der schumburg hier mit seinem schönen seil der brennen hier mein kumpel der wäsch und natürlich mich selber der day mich genau und wir wollten eigentlich erst den planeten hier verlassen weil der wäsch wieder geheult hat ist ihm zu schwer und so kennt man ja wissen wir ja auch alles schon seit 100 folgen jetzt aber wir konnten überzeugen dass wir doch hier bleiben und wir sind eigentlich nur weil der schumburg hier so geil rum hängt eigentlich ist der day eigentlich hat der schumburg nur gesagt nee er will ja noch ein bisschen abhängen auf dem planeten macht er ja auch das wort ist das jetzt richtig gemein sein ja und wir machen jetzt auf jeden Fall hier weiter und gucken mal dass wir hier noch was auf die Tanne kriegen hier ja und dann hallo an ja hallo und hallo genau oder von diesen Affen wieder Vorsicht ihr tötet ich brauche die Decke und die Kohle mehr die Kohle mehr die Kohle mehr Kohle 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 ich möchte den einem Hanag wo ich glaube bei den Gegneren möchte ich nur keinen ah der ist der ist der gesund du wirst du wirst du die für sich das noch so ja ja denn mit visseln das steht nicht aber der kommt ja trotzdem ja ich meinen den gelben Fliegen Affe oder in der höhle ist auch noch einer Oh, das Gold! Gold! Hier ist das Grüne! Das Grüne ist, glaub ich, wertvoller. Ja, das Grüne ist das, was wir brauchen. Hier ist noch mehr! Lass brennen ruhig das Gold. Wir sammeln doch sowieso für alle zusammen. Mir fällt ja gerade, ich muss mir noch so ne Laterne bauen. Wir teilen immer fair. Der Wäsch kriegst das Wenigste. Wenn ich alles habe, genau. Ich hab hier schon alles, ich brauch ja nix mehr. Beste Affe! Boah, das ist meins, das ist meins! Oh fuck, der Affe ist dick als ich, deswegen ist er schneller unten. Der Affe ist halt ein Gierschlund. Ja. Der Affe macht dir das, was ich bei Q-Bird gemacht habe. Ja. Q-Bird. Bin mal gespannt, wann das nächste Update kommt. In zwei Jahren. 200 Jahren. Ja. Wahrscheinlich. Also ich hab letzt... Aber das könnte ich momentan aber auch über Starbound sagen. Aber hier funktioniert wie sonst alles. Also, das meiste. Ich fand Q-Bird an sich auch schon eigentlich ganz gut. Ja, aber es ist langweilig irgendwann, ne? Ja. Könnte er oben die Typen da mal abschießen, dann kann ich oben weitergehen nämlich. Aber ich hatte letztens irgendwann mal nachgeguckt. Der ist da dran am Arbeiten. Der hat zum... Ja, ne. Zwei Stunden. Ja. Ja. Höchstens. Ja. Das wär auf jeden Fall mal auch... Der Affe hat noch einen Punkt. Aber ich kann da nicht runter, ich hab selber nur noch einen Punkt. Ich hab auch kein Leben. Irgendwer von... Ich denk, dass es nur Inhalte reibt, dass es keinen mehr interessiert. Ja, das war jetzt nicht unbedingt günstig zu spielen, also ich glaub, das hätte keinen mehr interessiert. Das ist ein Haus. Das ist ein Bett? Ne, aber ein Eimer. Ein Boot. Ein Eimer, ein Schmiedel, ein... Ich bin ein Fisch, ich kann auch noch ein Eimer fennen. Ui, da sind viele. Da ist ein Ritter. Das ist ein Ritter und ein Affe. Ist halt unser Kumpel der Ritter, oder tut der uns was? Geh mal runter. Ja, das ist ein Kumpel-Ritter, der hat ein Schild. Ritter mit Schild sind ein Boot. Guck mal, der ist ein Ritter der Kokosnuss. Ach, ich hab doch hier die Pantagen, das geht ja auch, ne? Ich find das so witzlos, dass in diesen Pixel-Behältern immer noch nur 6 Pixel drin sind. Ich hatte vorhin irgendwie 24. Vielleicht 3 gleich, ist er kaputtgemacht. Was ist denn da unten drin, die Steinzeug hier? Ja, 4, 4. Ich hab nicht 3 gesagt, ich hab 4. Ne? Ach so, das Kumpel ist da auch nicht da. Wolltest du sagen, dass du zählen kannst. Oh, fuck. Ich hab Gift gefunden und ich hab noch 3 Lebenspunkte, weil der... der alle Mandagen kassiert hat. Das kann gar nicht sein. Ich hatte irgendwie 140, jetzt hab ich nur noch 37. Also alle kann ich nicht haben. Ich hab auch noch 1. Na toll, auf dem Planeten sind ja nur Plant-Fiber-Bäume. Wo? Bei dir denn? Ich bin grad... Ich versuch mal eigentlich grad auch so ne Plant zu bauen. Braucht er noch Diamanten eigentlich noch, oder ist das auch schon witzlos? Soll es die Mandagen geben? Soll es die Mandagen geben? Ja, da wär cool. Wie gib ich die rein? Ähm... Ach. Ich glaub mit Shift kannst du die teilen. Und dann mit Kumpel. Mit Rechtsklick teilt man die. Ach mit Rechtsklick? Ach mit Kuh schmeiß ich die? Ach mit Kuh schmeiß ich die? Zack, da. Ja, genau. Dankeschön. 20 Stück oder sowas. Das reicht für eine Folge. Hui, was ist das denn da noch? Geil, hier ist ein Kanister. Bei Starborn hatte ich letztens auch die Update-Vorschrift immer noch. Ich vergesse das immer. Geil. Da war irgendwie was. Die haben noch was geschrieben gehabt von wegen bla bla bla. Die Grenzen zwischen den Spielern und Programmierern verschwinden lassen und sowas. Aber sonst nix. Und irgendwie sowas, wo man genau den Fortschritt des Spiels... Das wird wohl dann wie das sein, was die ja mit meinen, wo man den Fortschritt des Spiels irgendwie einsehen kann. Päusend. Oh, die haben doch extra eine Roadmap gemacht. Da hätten sie doch einfach die Sachen abhaken können. Oder vielleicht mit Prozentzahlen oder so. Ähm, irgendwo hatte ich das. Ich glaube bei Endless Space ist das immer ganz schön. Also bei den Endless Dingern. Da kannst du immer schön genau gucken, wie weit die sind. Mhm. Wo seid ihr in den Film? Ja sowas werden die jetzt wohl auch machen, denke ich. Wobei das mit Endless-Set war ja sowieso ein richtig schnelle. Bei der SS-Phase. Endless Legends. Das hab ich, muss ich auch noch machen. Wieso werden hier gepäusen? Wo ist das Gift? Nein, ich weiß nicht. Ich sehe da einen Punkt Gift. Ähm, sollten wir nicht mal eben auf Wäsch warten oder so. Ich find hier gerade keinen Holz. Die Heuels, wir haben auch alles abgenommen. Hier sehen wir das Holz bei uns. Jetzt mal Eisen. Eisen brauche ich auch. Da Eisen haben sie. Ich brauche noch ein bisschen Refined Wood. Aber das finde ich wohl nicht auf diesem Planeten. Was willst du denn? So eine Lampe. Ich bin da für auf dem Rücken. Sonst kann ich überhaupt gar nicht unter Tage gehen. Das ist sehr ätzend. Dann trag du das Survival-System. Kannst du auch da was ab. Das Problem ist, dann bin ich von euch abhängig. Dynamiiiit! Oh du bist so scheiße. Die Dynamiiit. Da war eine Flair. Oh Mann ey. Ich hatte vorher noch Bomben. Ich hätte sie mir einen zeigen können. Also da sind Stacheln drin. Siehst du die? Stacheln da unten. Stachelbären. Gibt die nicht sehr hilf. Na fällt der F mal rein ey. Na fällt der F mal rein ey. Alter die werden sowieso zu Holz. Du. Der ist Uran. Uran brauchen wir eine Menge. Uran. Kampfangfangfang. Schon wieder Päusen. Wo ist denn der Gift? Ich seh da einen. Grün ist. Du siehst gar nichts. Oh ne riesen Urana. Ah ne riesige Palme. Was machst du denn da schon wieder? Ich? Du hast doch gar nichts zu ne? Ich baue mir noch eben so eine. Ich baue mir noch eben so eine. Ich baue mir jetzt eine Dingskirsche. Wieso geht der Affe da nicht kaputt? Doch. Was er redet von Palme und baut sich ne riesige Ding ins Kirche. Ich weiß nicht was er sagt. Wenn du zuhören würdest dann hättest du gehört dass ich Holz sammle. Für dieses Teil. Oh das ist ja ein Affe. Wo? Ey da ist noch einer. So. Wenn wir demnächst wieder Pixel brauchen dann freut ihr euch dass ich Gold gesammelt hab. Nein. Was ist das denn? Was ist denn das blaue da? Dann sagen wir ey Dale sammel lieber Diamanten. Da ist ein Sniper. Hier ist ein Cam. Wir sind äh. Geilen Diamanten. Gangster Typen. Guck dir mal die Knarre von dem an. Ja. Aber da lass eben dann noch warten bis äh. So. Ich bin auch weh. Auch weh. Und unten kommt so ein grüner Ding da oben. Und ich hab auch meinen Timer vergessen diesmal. Musst du drauf achten dann. Weil du da auch klug bist. Ist das schon wieder ein vorgesuchter Regen? Ja. Geil. Okay. Sind die Typen nett oder sind das Säcke? Äh. Hallo der hat so ein Rohr. Ja der macht auch was mit der Palme hier wieder. Das ist äh. Diddy trockbar. Wir können auf jeden Fall im Zelt schlafen. Let's steal this stuff. Ey der kann's ab Arschlecken. Let's steal this stuff. Komm den hauen wir uns. Der will unser Zeug haben. Hey. Ja. Hau den mal. Hau den. Wir hauen doch gar nicht. Äh. Ui. Ui. Was war das? Regen. Wir regnen uns rein. Scheiße nur Geld ich dachte ich krieg die Knarre. Ja. Der Dedemon hat ein Loch im Dach. War irgendwie im Boden gepfretzt hier. Uua. Uua. Der hat der. Seid ihr hier nach oben mit Knarren oder was? Ne. Oder rechts oder rechts oder links. Oder links. Aber rechts. Boah. Dann hört niemand das Dach aus. Das ist eine Zwei. Ja wir haben das Dach als es aufgehört hat zu regnen natürlich mit Leiterung. Ah. Hinten kommt noch einer. Boah. Hinten kommt noch einer. Voll gut aufgepasst ey. Der ist ganz langsam über uns rüber dick. Genau. Er ist auch ein Rogue. Ich hab keine Munition. Ja ich muss äh. Nein der war getarnt. Den haben wir nicht gesehen. Ja. Lippt. Da hab ich nicht. mit dem mit der shotgun ist aber ich kann voll gut schießen egal wie ich den treffen echt mal getroffen geil hoch das regen hier ist ein haus den typen überlegt und jetzt im regen verrecken glaube ich weg durch schlaf von dir ist auch immer noch lebenspunkte im zelt in der bude da ja in der melonen hütte da aber ich kann auch genau so viel wie ich schaden kriege was ist das im zelt oder soll das sein ich denke ja sieht aus wie eine melone bringt dir das dann was wenn du genau so schnell halte wie ich schaden nimmst nein ich sterbe zumindest das ist richtig wieder raus mein gold erz brauche ich muss mir meinen ist der weg wieder sand am schaufeln hier weil weil die der server wieder sehr langsam geworden ist ja weil wir keinen sand schaufeln hätte sein können dass du irgendwo sand hast wieder ich weiß gar nicht wo ihr seid ich bin jetzt über einen riesen berg gelaufen einfach nach rechts ich dachte nur weil die anderen beiden die sehe ich halt riesen berg was viel grünes zeug also ihr seid aber oberirdisch ja wir sind knapp knapp unter der erde kann uns sehen erstes kellergeschoss würde ich sagen hat dann auch geregnet immer noch ne scheiße jetzt kommen die starke lichter wieder vielleicht hat schon eine lampe hinten nicht dass die Viecher am Tag schwach werden von Schomburg abgehängt oder ich bin noch mal in Zelt weil ich auch gedacht es hat oft gehört zu regnen aber irgendwie die sind böse da oben die Tiere ach ich hab doch jetzt mit Dagen warum mache ich überhaupt so ein ich dachte wir warten vielleicht mal eben bevor wir weil wir noch ein bisschen laufen kommen wir am anderen Ende an geil Gold ey ich bin so rich ich laufe nochmal hier lang damit es gut aussieht da oben ist ja grünes zeug hier grünes zeug und weißes zeug hier ohja ich sehe Schaden das müsste nicht unbedingt hier sein von der Balbe will noch einer ein bisschen weißes zeug hier haben und die Gigs werden das sind ich hab's gesehen oh man ich hab mich so gefreut es ist ja aber ziemlich weit nach rechts genau hier ist ein Zelt wart ihr da? ja da waren wir sind wir knapp vorbei ahja ich seh euch nein tu sie nicht du siehst nur mich einer reicht mir vollkommen vollkommen hey das war jetzt nett gemeint oder? ja das ist hart ich denke hat der um den See rumgebuddelt ja sicher ich buddel doch nicht durch fluten doch ja genau erst wenn ihr drunter steht wenn Dale da unten drinsteht da muss das geflutet ja toll toll wer hat denn da geflutet oh da oben ist ein fettes Monster guck mal da oben ein Boss ein Boss ein Boss oh vorsicht vorsicht da steht auch einer da ist der Teufel ganz oben ist ein Boss der siehst du hier ist ein Schweinemann der Schweinebärmann ne nur ein Schweinemann ach ich seh ihn nicht aber du natürlich da ist er der hat ein Geweih am Arsch kommst du denn auf dem Schwein? ich find der hat so gar nichts von dem Schwein das ist ein Teufel guck doch mal das Gesicht von dem an der hat doch Schweinenase du eine Verlust kennst du den für Schweine? ja ehrlich was kennst du denn für Schweine? was ist der Teufel? guck mal um uns zu holen ach da ist ein Boss ja aber nicht mehr der fliegt sogar als wirklich da drüben das ist doch kein Boss da oben ist doch noch einer da oben sind Hüner guck mal das da oben hier oben ist was ganz großes sowas blaues der ist ein Mini-Boss also wir sind tatsächlich auch Hüner das nicht was wir da und Walnüssen oh schick ja tu mal eben das Gift da weg das ist ja in unserem Einflussgebiet in unserem Einflussgebiet Schuhbaumauern einfach dann ist das weg ja das regnet immer noch das ist vielleicht doof das wäre jetzt nicht so gut für den Kampf da oben der Hütgefühl denn hier jetzt rein zu schießen wäre auch nicht so dick pass auf das Hühnchen auf keine Hühner fallen jetzt pass auf das Hühnchen auf welche Hühnchen die sterben die sterben tot die droppen nichts die könnten meine Brüder und Schwester sein ach so der bestürt der bestürt Mamaaa so das eine Fische ist da der andere hat auch schon der Dicke kann hier nicht rein kann das sein ich grünweise ja sieht fast so aus der bleibt immer oben hängen was gut für uns ist keine Energie mehr ich gehe schlafen ich könnte jetzt eine Bombe da reinwerfen dass alles hoch geht yeah das wäre jetzt mit dem Spektakul der ich komme doch nicht mal hoch das gibt's doch gar nicht bam 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 Unmengen an Schaden oh der ist ja weg oh der ist ja weg oi Mr. Battlewacker warum kriegst du immer die Waffe ja warte ich geb's boah 230 DPS Nahkampfwaffe Zweihand ja hier 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 ich hab doch nur ne 50er ich hab doch nur ne 50er abcheckt boah die Bischof was die für ne Tag Speed hat ich hab doch nur ne 50er Waffe aufschluss im rechtsklick Modus im linksklick ist bestimmt vergiften aber sie ist ziemlich stark warte mal ich schmeiß sie oben hin und wer so fängt der fängt so ja wenn der hinken möchte ich krieg ja sonst oh das ist ein Fisch bauen wir gleich wieder das ist ein Vogel ein Fisch hab ich gesagt nicht ein Fisch doch du hast Fisch gesagt klang aber wie Fisch ja hab ich Fisch gesagt ja doch du hast Fisch gesagt ja doch du hast Fisch gesagt Fisch gut dann geh du jetzt mal in Nahkampfwaffe meine Nahkampfwaffe hat 11 DPS glaub ich hast du böse mich da um ja tüffi ja genau ja genau ja genau ja genau ja genau lass die nochmal runterkommen dann kann ich den mit dem Hammer mal treffen oh oh in den Tunnel in den Haulian richtig wechsel ach hat aufgehört zu regnen perfekt ja endlich oh da ist noch so ein Camp ne fängt gleich oh das wäre so ein Schurkenmann boah 200 boah 200 100 100 und der weg da steht doch einer unten drin interessante Falle warte ja der holtest du bestimmt rein noch mal so da hat die Hobbit verpasst so ich schlafen hier kommt was ist angesprungen ein Funke Eichhörnchen enttötet ist niemand weiß wie Link er gibt das sieht aus wie ein Pokémon kann man denn fangen? Pokémon das war ein Happy Tree Friends oh Gott Oh, die Diamanten! Pass auf, hier ist direkt Poison! Dann seid ihr soweit! Poison! Ihr müsst nur noch zuhören, wenn ich was sage! Ja! Ja! Mach mal, aber der war genau an der Kante! Das ist manchmal auch ein bisschen blöd! Boah! Der hat ja auf den Kopf gemacht! Der sieht irgendwie wieder nur drei! Wer fehlt denn? Endlich wieder zentral! Ach, soll der unten lang und lang? Ja, total! Oh, der hat mir eine verpasst! Leck, Homio! Wir sind oben einfach weiter! Ah, das ist gut! Wir kämpfen ja mit den Vögelchen! Den vögeligen Flugschnecken! Der hat die einzige Problem, weil die Gegner uns da in der Höhle so blöd überrascht haben! Ja, in der Höhle ist es sowieso schwieriger zu kämpfen! Weil eng! Da sind wieder Schweinemänner! Oder Schweinemänner! Oder wie auch immer! Das ist ein Teufel! Wie kostet das? Das ist ein Teufel! Also wenn Schweinschmaps waren... Also ich finde die Schnauze sieht vielleicht eher so... Oh! Du hast dich zerrissen. Ich kann's nicht zuordnen. Wenn ich mich jetzt bewege... Scheiße, wer ist denn da gestorben? Ich! Wer ist ich? Ich! Scheiße, Scheiße! Ja, wir sind der kackt Regen! Der verkackte Regen! Ja, ich würde sagen, das ist das Zeichen, um in die andere Richtung des Planeten zu laufen. Hm. Gott, ich krieg das nie alles mit. Wow, der hat auch schon gleich. Unnütz. Ja, stimmt. Waren auch so Blöcke und so, was ich vorhin aufgesammelt hatte. Ähm, oh, wir sind passend gestorben hier. Und so ein Typ mit so einem blutigen Achsschwanz. Da hätte der bestimmt wieder irgendeinen... Ich hab der jetzt gerade aufgesammelt. Zwei deutlichen Witzkriegen. Da liegt aber noch was, Dude. Ja, dann heb du den Rest auf. Ich dachte... Das ist am sichersten, weil das Mord doch jetzt gerade ein bisschen unübersichtlich. So, ich geh mal zu Dale's Schiss. De-de-de-de! Geht das doch hier, wir sind doch so, die sind voll. Oder auf dem Planeten. Ja, ich, äh... Traditionelles Shirt. Geil. Trainypans, was ist das denn hier für eine Rüstung? Ach, das war deins, oder? Ja, das ist die Standard-Rüstung, die ich hatte, ja. Gut, und die Rüstung. Ach, zack. Zack. So, ich bin mal links rumgelaufen jetzt, und ich hab noch nicht die Stelle gefunden. Wir haben alles mitgenommen, du? Wir haben alles mitgenommen, ja. Sonst so. Ja, hab ich gehört. Da war noch ne Kiste mit ner Waffe drin, aber die konnte ich nicht mehr rausholen. Wo seid ihr jetzt auf welchem Schiff? Ich bin bei mir, und stopf grad Zeug in die Kisten. Leider ist ja ne Zweihandachs verloren. Wann komm ich da mal hin? Äh, die Zweihand, der Hammer ist leider weg. Den konnte ich nicht mehr mitnehmen. Ja, ja, den hast du ja eingesackt. Nein. Nein. So wie das geht. Ach. Hier sind noch Sticks. Ich hab irgendwie gar nicht viel von dir aufgehoben. Wo ist denn die Rüstung von ihm hin? Hast du die aufgehoben? Meine Rüstung hab ich schon angezogen. Hä? Hast du den Helm? Hier, hier ist der Battlehacker, Junge. Der Helm fehlt mir nur. So, ich geb mir auch mal eben ein neues Einhandwerk. Ich mach mal für allen. Was möchtet ihr denn? Achso, ne. Könnten wir besser... Da liegt noch der Battlehacker, ne? Den musst du noch nehmen. Oh, ist der Wäsch schon wieder hier? Ja, weil ich jetzt gerade... Oh, du hast den gehabt, sehr gut. Ne, ich hatte den nicht, aber der... Humor kann doch wieder abgehen. Mein Gewehr ist aber weg, ne? Ja. Du hast dafür den Battlehacker. Jammer nicht rum. Ich hab hier noch einen Mr. Deathmaker. Ja, genau, das ist das. Und einen Hunters Hood. Und einen Oilhelm. Bring ich euch gar nicht. Alle, Oilhelm... Seit wann haben wir denn hier ne Steinhure? Hat schon ewig. Hier ist ne Stonehole. Hole heißt nicht Hure. Achso. Unwürdig mach ich schon. Bin ich hier eigentlich. Ja. Echt? Ich kann ja nur ganz schlechtes Englisch, ne? Was ihr vermisst, ist... Achso. Ja. Was mach ich mir denn jetzt? Die Dive Bomb, oder? Den Wing Wacker Extreme? Oder den... Wing Wacker Extreme? Klingt geil. Was ist denn hier? Damage macht der denn? 143, 209 hab ich hier. Also ich könnte ein, 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 ein... Ein Speer machen. Bird in the Hand. Wo seid ihr denn jetzt? Dass ich hier mein Zeug wegfische. Bird in the Hand. Ja, ich mach'n Hauppel. Hat auch noch einer mein Gold Drill. Ich hab' nur ein paar Sachen. Ich hab' ne Gold Pickaxe. Musste mal eben hier... ...meinen Tomahawk machen. So. 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 Hab da ein bisschen rausgeräumt. Dann kann ich wieder dort reinstecken. Ja. Was passiert, wenn ich die Bombe hier ins Raumschiff schmeiß? Fliegt das dann auseinander? Piep, piep, piep. Ah, danke. Helm, Drill... Äh, noch eine Rose hab' ich hier. Und... Schleimblöcke. Bücher. Eisenerz. Weed. Weed ist bestimmt von uns. Prinz Eisenerz. Weed. Weed. Weed, weed. Ein Schleimblock. Weed, weed. Da kann ich ja auch wieder was mitbauen dann, ne? Nehm' ich mal mit. Gib mir bitte die Schleimblock. Äh, ich lass' die Ärzte auch mal in mir, bevor wir jetzt gleich in die Inrichtung laufen. So gut, was ich so gelootet hab bisher. Nur gleich wieder mitnehmen. So, was fehlt noch? Fühlt überhaupt noch irgendwas? Ganz schön viel Brot hab' ich hier in der Tasche, da könnte ich vielleicht nochmal die Hälfte von abdrücken. Ja, dat wär' gut. Eins. Äh, teil mal. Nix, wird nicht geteilt. Hier ist noch was, das kann man, glaub ich, auch essen. Dat nehm' ich auch. Hahaha. Ich schmeiß gleich die Bombe mal hier ins Raumschiff, ja? Nur mal zum Gucken. Warte. Was ist passiert? Dann nehme ich halt dein Raumschiff. Wo ist denn noch was zu essen? Sah komisch aus. Ich würd ja nicht essen. Julia, ja, ich hab's gesehen. Na, reicht doch. So, soll ich die Bombe mal schmeißen hier vorne ins Cockpit? Ach so, ich möchte noch mehr Bandagen, ich hab da irgendwie jetzt auch Ton. Ja. Aber die, die Seile, die ich da plötzlich mal gekauft hab. Da mal weg diesen Blöden. Obwohl, nee. Seile wegschmeißen. So, von mir ist geh'n wieder runter. Äh, wie lange sind wir denn schon dran? Müssen wir Folge beenden, oder? Na, auf jeden Fall. War lange, ne? Mindestens, mindestens 17 Minuten. Ja. Wollen wir runter, oder beenden? Oder beides. Oh, hier gibt's ja richtig fette Waffen, die man bauen kann mit auf die Erzen. Ja. Nice. Ja, dann würde ich sagen, beendet die Folge jetzt hier, ne? Und dann machen wir dann... Ja, ist eigentlich ne gute Gelegenheit. Außerdem sind schon wieder alle weg hier. Genau. Komm, dann machen wir zwei das alleine hier. Ja. Du hast ja angefangen. Genau. Wir beide, wir verabschieden uns jetzt von euch. Äh, ja. Dann bis zum nächsten Mal einfach. Ganz kurz und schmerzlos. Ja. Tschüss. Tschüss.